Aber man kennt die Sätze von Außenstehenden, wenn man gemobbt wurde, so schlimm ist das doch gar nicht. Und ja, es können Kleinigkeiten sein, wo man nachhinein auch selber sagt, schlimm war es nicht. Aber in dem Moment fühlt es sich einfach an, als würden sie auf sich einschlagen, auch wenn sie nur sagen ... ... dich irgendwie beleidigen oder so. Ich würd, glaub ich, sehr groß sagen, meine Schwestern. Die waren wirklich jederzeit für mich da. Ich wusste auch, egal zu welcher ich gehe, ich hab ja zwei Schwestern, egal zu welcher ich gehe, sie würden mir zuhören. Und meine Eltern, ich würd sagen, sie waren für mich da. Ich bin auch manchmal heulend von der Schule gekommen, war eine Umarmung von der Mama schon echt ganz gut. Also, ich find, Lehrer sollten insgesamt dann mal drauf schauen. Ich mein, den meisten Lehrern, oder so gut wie jedem Lehrer, ist es mir so vorgekommen, jo, sind Kinder, mir egal, mach ich nichts. Dann die in der Grundschule, die haben's ja auch noch gefördert, und sagen, die hat mir gesagt, dass es so und so ist. Ich glaub, die wissen gar nicht, was sie den Kindern damit antun. Ich hatte auch mal einen Lehrer, der ist bei uns ins Klassenzimmer reingekommen und hat gesagt, eure privaten Probleme sind mir alle scheißegal. Ich will nur, dass ihr gute Noten habt. Und ja, es ist zwar deren Job, dafür zu sorgen, dass du gute Noten schreibst und alles andere braucht dich nicht zu interessieren. Aber worunter leiden die Noten denn schlussendlich am meisten, wenn man sich in der Schule nicht konzentrieren kann, Angst hat, in die Schule zu gehen? Was soll man da dann noch großartig lernen? Ich meine, man redet in Klassen öfter über das Thema Mobbing. Und ja, es ist so schrecklich und es ist so schlecht. Und man erklärt es ja den Kindern, aber die meisten, die hören halt nicht zu, tun mit den Banknachbarn labern. Und ja, man hat es angesprochen, das reicht, das reicht schon. Sie denken, sie machen was gegen das Mobbing, indem sie es erklären. Aber wenn sie da ein bisschen mehr nachhaken, sich mit denen zusammensetzen und denen mal wirklich klar machen, was mit Mobbing-Kindern, die damit gar nicht klarkommen, die damit nicht fertig werden, was mit denen passiert. Und da Beispiele hernehmen. Einfach irgendeinen von denjenigen, die mobben, irgendwo rausziehen und ein kleines Rollenspiel mit denen machen oder sowas, damit sie sich in die Lage einversetzen können. Damit sie wirklich klar machen im Kopf, dass sie ein klares Bild vor Augen machen, jo, was macht das eigentlich mit mir? Leute, die aktiv mobben, sagen wir jetzt mal in einer Klasse von 20, einer wird gemobbt, sind es vielleicht fünf. Die anderen lachen mit drüber und finden es auch witzig und haha, ist doch so lustig. Aber wenn man diese fünf, wenn man sich einfach Leute sucht, die das eigentlich auch nicht so okay finden, die Leute, die nicht aktiv mobben, auch raussucht und denen sagt, hey, findest du das eigentlich in Ordnung, was die da mit denen machen? Und die Leute, die dann zustimmen und du die überzeugen kannst, dann steht es dann halt auch wieder 14 zu 5. Und wer verliert das? Natürlich dann die fünf Leute, die mobben. Und die werden dann wahrscheinlich auch damit aufhören. Nicht so Sätze sagen wie, das ist doch gar nicht so schlimm. Damit fühlen sie sich natürlich unverstanden. Einfach sagen, ja, ich verstehe das, das ist bestimmt echt schlimm. Auch ganz ehrlich kann man sagen, ich traue mich da nicht wirklich dazwischen zu gehen. Und die Leute, die gemobbt werden, die verstehen so was auch. Also, man muss ja nicht aktiv helfen. Man muss ja jetzt nicht dazwischen gehen und sagen, jo, es reicht, hört auf damit. Aber dann, wenn diese Leute dann gerade aufhören oder die Person allein ist, kann man zu dieser Person hingehen und sagen, hey du, was war denn das gerade? Ärgern die dich? Und mit der alleine reden. Und allein da gibst du schon der Person das Gefühl, nicht alle hassen mich. Weil wenn du natürlich nur die Person mitkommst, die auf die rumhacken. Es müssen nicht alle sein. Es können nur vier Leute sein, aber wenn du diese vier Leute mit dir reden, dann sagst du natürlich, alle hassen mich.